Mama, was machen wir heute? Wir befinden uns gerade in Kröpf, also schauen wir uns den Ort einmal näher an. Unsere Ferienwohnung befindet sich auf einem Campingplatz am Kröverberg. Als erstes fahren wir zur kleinen Kapelle. Von hier aus habt ihr einen herrlichen Blick auf Kröpf und die Mosel. Die Kapelle ist schön und Parkplätze sind vorhanden. Kröpf ist ein wirklich schöner Ort und von hier aus kann man viele Ausflugsziele planen. Anschließend sind wir vom Kröverberg runter nach Kröpf gefahren und haben Wein gekauft. Der Kröver Nacktarsch schmeckt uns gut. Kröver Nacktarsch Und dann steppen wir in Marcellos Eisegg ein. Mh, hier gibt es leckeres Eis. Ein Parkplatz befindet sich in der Reisstraße, direkt hinter der Bäckerei. Zurück an unserer Ferienwohnung angekommen, tranken wir leckeren Wein auf der Terrasse des Restaurants auf dem Kröverberg. Und die Kinder spielten derweilen auf den großen Spielplatz nebenan.